Nur kurz zum Verständnis, es geht um Penisringe. Oh, jetzt hast du dir mit euch ausgetestet. Den hat er mit Hieben ausgetestet. Sieben mal Wieben. Mit Hieben, Ende. Nein, sieben mal Wieben, den Schwanz von ihr lasse ich mir gerne in den Aus schieben. What the fuck, ich bin froh, dass ich das aufgenommen habe. Oh nein, ich sehe schon kaum im nächsten... Oh, Digga. Oh, Karim! Ja, es tut mir leid, ich hatte nichts zum Bauen. Flo, als ob! Was als ob? Als ob du das aufgenommen hast. Ich fick dich da. Hä? Oh nein, ich sehe schon den nächsten Videotitel irgendwie. Karim hat einen Penisringe ausprobiert oder so. Was? Früher hat er die Letzten in den Aus bumsen. Ich bedanke mich für den Titel. Ja. Ja. Jungs, Jungs, ihr gebt mir so tolle Ideen. Ja, das ist zwei! Junge, wie ist er jetzt auch noch gestorben? Junge, die Leute, die jetzt deine Videos gucken, denken, ich bin interverse Alkoholiker. Was, wie ist Alkoholiker? Ja, wegen dem letzten Video. Oder vorletzten oder so. Achso, ja, das ist schon länger her. Fred, gelb, bedank dich mal. Ich habe auszensiert, dass du ge*****t hast. Gewichtig. Allein, aber egal. Aber nicht, dass ich 8 Rottkei gedrückt habe. Ja, das habe ich extravagant gezeigt. Aber ich glaube, tatsächlich waren es nur 7, aber dafür hast du die Jägermeister nicht einberechtet. Und das eklige Bönch. Digga, das ist ja... No Joke. Einer der keinstehende meines Lebens. Hey, wo ist der Gegner hin? Als einfach, vergessen wir seinen Namen, Daniele, dein Bier in der Mitte durchgehauen. Das war nicht geil. Johnny, Hilfe! Sorry, schon mal im Voraus, dass Fred nur scheiße, die kein Schwanz juckt, die ganze Zeit labert. Ich sag mal. Warte. Ich bin noch im Gesamtportfolio, Karim. Ich bin noch 53,5 Euro. Ich bin nur noch 33,5 Euro. Also, ich soll gerne, ich warte ab, das geht wieder hoch und dann verkauf. Weil nur eben oder bis jetzt kaufelt. Fuck! Johnny, Achtung hier! Zwei Stück, zwei Stück. Ich bin noch ein Prozent im Minus bei meinem Beisernportfolio. Und bei Binance bin ich noch 200 im Minus. Ach du, Nicole ist da, Nicole ist da. Läuft langsam wieder. Ich zieh, ich... Karim, ich nehm' diesmal mach' ich Gewinnmitnahmen, Bro, wenn ich... Wenn ich, wenn sie 10% unter dem Hück stand von... Also mindestens 10% unter dem Hück... Fred hat eine verdammte Fresse. Scheiße. Ich weiß eh nicht, was ich aber bei 20.000 jetzt sagen würde. Da oben heißen sie Deutschland, na? Genau. Na, 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 du kleine Hore, du gehst nicht weg. Ich hab'n Spasti auf meinem Rücken. Hehehe. Super. Oh, scheiße, da unten zum Gegner. Scheiße. Warum bist du schon wieder tot? Arbeit. Oh, da kommt der Gegner. Ah, perfekt, Alter! Falscher... Falscher... War's klar. Falscher, Digga. Ah! Alter, der hat mich grad erschreckt. Boom! Ah! Digga, bei mir ist grad einfach ein Gegner reingelaufen. Gar nicht gepflegt, Digga. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Yes! 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 Ich bin jetzt auch da, aber nicht da. Ich bin bei dir, aber fast. So, so. Meine Karkar läuft halt ab. Pass auf, pass auf bei dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, hast du echt? Ja? Ja, lass das Zeug benutzen von denen. Achtung, da kommt andere Gegner noch von oben. Ey, hat der Blue Life bekommen? Hab ihn! Ach, keine Ahnung. Jetzt sagt man, wenn man tot ist, Blue Life bekommt. Ja, doch, doch, das geht, das geht, das geht. Ja, Stryker von Korn. Kann man dann auch noch einsplashen. Johnny, hast du kleine, hast du kleine Muni, hast du kleine Muni für mich? Ähm, ja. Danke, hab ich schon. Isa? Ja, 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 danke, danke, danke. Fress schnell. Danke, Habfress. Achtung, über uns. Ja. Hab gepressen. Ja, ha? Ja, Gesundheit. WUHU! Das war gut, Florian. Woho, und so viele Treffer mit einem Magazin. Hä, was war das? WUH! Ah. Ah, du hast ihn gut gehütet. Nee. Aber ein Pot. Als Gegner. Ja, hat aber ein Gegner gesagt. Scheiße. Ja, Pot als Gegner. Hä, der schießt? Hä, WTF?! Hä, was ist das denn? Was? Die ganze Zeit, was einen so wegschießt. Digga, zwei wieder. Was schießt einen weg? Arbeit. Arbeit? Ja, ha? Schaltfrage.